Tankenmann! Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück auf ComebackTV Und ihr merkt mittlerweile, es wird langsam immer, immer, immer kälter Deswegen checkt gerne mal jetzt sofort meinen Merch-Shop ab Da gibt es richtig, richtig coole Hoodies Genau jetzt perfekt für den Herbst oder perfekt für den Winter Und bevor wir das Video jetzt loslegen, dachte ich mir mal Ihr könnt euch noch bestimmt an Cartoon Cat erinnern Genau an diese kleine Katze aus den Cartoons Und ich dachte mir mal, wir haben ja mit Cartoon Cat schon alles gemacht Aber wir haben noch eins nicht gemacht Wir haben noch nie einen Cartoon Cat Zaubertrank um 3 Uhr nachts ausprobiert, Leute Und ich dachte mir mal, wir rufen erstmal dazu den Darknamban an Und kaufen uns jetzt erstmal diesen Cartoon Cat Zaubertrank Wenn ich den Darknamban jetzt mal anrufen soll Dann rockt es vielleicht gern mal jetzt gleich den Like an Und lass ich jetzt gleich mal 2000 likes da, Leute Wir haben hier die Nummer vom Darknamban Dann würde ich sagen, ruf mir ihn doch gleich mal an, Leute Ich will nur nicht, dass man sein... Okay, man zieht seine Nummer nicht Let's go Ja, bitte? Yo, Darknamban, ich hab mal eine Frage Hast du den Cartoon Cat Zaubertrank? Natürlich, macht 500 Euro Okay, äh, bringst du ihn mir wieder um 3 Uhr nachts vor meine Haustür, oder? Ich bringe den Koffer zum verlassenen Bahnhof Das kannst du ihn aufholen Wie bitte? Ich hab... Nein, bring ihn bitte heim Ich hab keine Lust zum verlassenen Bahnhof zu gehen Ich hab dafür keine Zeit Geh zum verlassenen Bahnhof Dort steht der Koffer Oh mein Gott, Leute Er sagt, ich soll zum verlassenen Bahnhof gehen? Das kann doch nicht wahr sein Okay, es ist noch nicht nachts Aber nein, hab ich da wirklich keine Lust hinzugehen Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir Watz TV erreichen Und dass wir mit ihm zusammen da reingehen Okay, dann lass uns so schnell wie es geht Zum Auto gehen Und zum verlassenen Bahnhof zu gehen Auf geht's, Leute Okay, dann schauen wir mal, wo Watz TV ist Er soll sich irgendwo hier befinden Er hat mir seinen WhatsApp-Status geschickt Er müsste irgendwo hier sein Aber wo? Ich kann ihn noch nicht sehen Schauen wir mal, wo er sich befinden kann Es ist echt komisch Irgendwo müsste hier sein Aber wo? Warte mal Da ist doch Watz TV Watz TV Steig ein Was geht ab, Mann? Schön, dass du kommst Wir sind schon durchgefroren Watz TV, schön, dass du kommst Wir müssen zum verlassenen Bahnhof fahren Was? Zum verlassenen Bahnhof? Zum verlassenen Bahnhof Dort soll sich irgendwie laut Darknet-Mann Der Zaubertrank von Cartoon-Berbefinden Checkt auch jetzt gerne mal Watz TV ab Sein Kanal ist jetzt in der Beschreibung Und ich würde sagen, wir fahren jetzt so schnell wie es geht Zum verlassenen Bahnhof, Leute Okay, Leute, seht ihr das da vorne? Da vorne ist der verlassenen Bahnhof Wir waren ja schon tausendmal hier gewesen Denkst du, der Poison kann sich wirklich hier befinden? Oh mein Gott, ey Ich hab wirklich keine Lust, jetzt da schon wieder hinzugehen Aber uns bleibt ja nichts anderes üblich, Watz TV Zum Glück ist es noch hell Beeil bei uns Wenn's dunkel wird, Watz TV Dann kann das wirklich ziemlich böse enden Komm, beeil bei uns Oh Gott Die haben schon wieder die Züge hier verschoben Watz TV, schau mal, ey Es geht ja wirklich richtig weit hinter Ja, ich war da erst Komm, beeil dich, Watz TV Wir haben wirklich keine Zeit mehr Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren Watz TV, wir müssen es wirklich schaffen, bevor es dunkel wird Komm schon Ja Steig hier rüber, beeil dich mal, Watz TV Geh hier rüber, so schnell Dann beeilen wir uns mal Wir müssen echt aufpassen Komm schon, Watz TV Okay, und wir dürfen uns auch wirklich nicht verlieren Es ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte, Watz TV, okay? Okay, da vorne ist das Gebäude, ihr kennt das ja Ich kenne das vom letzten Mal noch Watz TV, hast du da irgendwo einen Plan, wo sich irgendwie eine offene Stelle befinden kann? Offene Stelle? Da kommst du nicht rein Müsst du mich komplett veralbern? Man muss doch da irgendwie reinkommen oder so, oder? Komm schon Da kommst du nicht rein Ist da kein Eingang offen? Nein Er meint ja, dass es irgendwo hier sein muss Einfach lassen den Bahnhof Oh mein Gott, das gibt's doch nicht Wir haben auch keine Drohne dabei, Watz TV Hier liegt tausend mystische Sachen rum Ist das nicht wahrlich? Hier liegt einfach mal ein Teddybär Oh mein Gott, fasst dich nicht an Dann lass uns so schnell, wie es geht hier irgendwo reinschauen Wo ist denn denn? Hier muss doch irgendwo was offen sein Oh mein Gott, der Päuschen ist so klein Er kann sich überall befinden, Leute Ist denn alle Türen zu? Oh mein Gott, wir müssen auf jeden Fall einen Eingang finden Oh mein Gott, hier drin muss sich irgendwo der Daten in meinem Befinden Nicht, dass sich auch noch Kartonkette hier irgendwo befindet Aber diese Sachen waren auf jeden Fall beim letzten Mal mit Dr. Leight noch nicht hier gewesen, Leute Das kann doch nicht wahr sein Komm, diese Studie hier Und dieses Ding hier Okay, komm schon, Watz TV Ja, lass uns mal in die Richtung schauen Das kann doch nicht wahr sein Irgendwo muss ich doch Einen Eingang befinden Das gibt's doch nicht Okay, dann müssen wir wieder nach vorne schauen Das kann doch nicht wahr sein What's it? Komm doch ein What's it? Warte mal What's it? What's it TV ist weg Wir müssen hier irgendwie einen Eingang finden Aber was Mein Gott, was zur Hölle ist das hier? Hey, da hat irgendjemand ein Lagerfeuer oder sonst was gelegt Und da liegt irgendwie Ein Zettel mit ne Das kann doch nicht wahr sein Aber irgendwie Alle Türen sind zu Okay, Leute Das ist ganz, 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 ganz komisch What's it TV ist irgendwie auch weg Wir sollten am besten mal zum Eingang schauen Vielleicht befindet sich ja da Irgendwo da Nen Bann Und dann finden wir Endlich auch den Puls von Cartoon Cat Das kann doch nicht wahr sein So schnell wie es geht zum Eingang, Leute Das kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein Warte mal Sehe ich das gerade richtig? Das ist doch der Koffer von Dark Nen Bann Das ist der Koffer hundertprozentig von Dark Nen Bann Lass uns mal reinschauen Dark Nen Bann Dark Nen Bann Dark Nen Bann Dark Nen Bann Okay Oh mein Gott Warte mal Dark Nen Bann ist nicht mehr da What's it TV ist nicht mehr da Nicht das Cartoon Cat beide hat Das wird mir echt viel zu mysteriös Ich will schauen das mal zurück zum Auto Und dann schauen wir was passiert, Leute Schnell weg von hier Oh mein Gott Der Tod ist in Zeit Oh mein Gott Es fängt alles schon wieder ziemlich fürchterlich an Aber die Sachen sind auch alle zu Das gibt es noch nicht, okay Ich schätze mal Dass What's it TV wirklich hier irgendwo drin ist Okay Leute Dann lasst uns so schnell wie es geht Zurück zum Auto gehen Ich schaue, dass ich nochmal What's it TV irgendwie erreichen kann Dann lasst uns so schnell wie es geht Von diesem mysteriösen Ort weggehen Das kann doch nicht wahr sein Okay Leute Ich vermute wirklich mal Dass da drin Der Zaubertrank Von Cartoon Cat ist Wenn wir den öffnen sollen Dann rockt jetzt bitte mal Den Like Button Und lasst gerne nochmal 2000 Likes da Dann öffnen wir den Zaubertrank Und trinken diesen Zaubertrank Am Samstag für euch, Leute Ich kann es kaum erwarten Okay Leute Dann würde ich sagen Verabschiede ich mich langsam mal Es wird natürlich Dieses Video auch noch Gegrüßt Der Kommentar von Ihnen Geben wird jetzt hier Eingeblendet hier oben Für alle anderen Chat mich gerne mal Instagram ab Und ich würde sagen Ich wirklich verlasse So schnell wie es geht Diesen Bahnhof Es ist echt mysteriös Wir haben alle verloren Und wir sehen uns wieder Am Samstag Wenn wir den Päusen trinken Leute So schnell wie es geht So schnell wie es geht Das geht weg